Hallo und herzlich willkommen liebe YouTube-Freunde bei einer weiteren Folge Lies. Jo, das Spiel geht länger als ich mir eigentlich erwartet habe, aber ist geil, ist geil, ist geil. Schauen wir es jetzt auch da. Aber be warned of this spring, for it is called Lies. Instead, keep this standing, and you will find yourself in another spring with chill water flowing from the pool of memory, guarded by restless watches. They will ask you the reason of your presence. Speak only true words with fearless heart. I am the son of earth and starry heaven, but of heaven is my birth. This you know yourselves. I am parched with thirst and perishing give me quickly child water flowing from the pool of memory. Only then the rules of this realm will offer you water from the spring. You will unveil secrets in each and every drop of this water, as all other initiates have before you, and then you will finally feast amongst the gods. Okay, wir schauen, wie lange das denn das Spiel noch so läuft. Um. Okay, nur das Leben. Get dropped. Es wirkt noch alles sehr groß. Brauchen wir nicht mitnehmen. Denn wir sind ja voll. Weil es schaut geil aus, es ist immer noch, ich finde es sehr, sehr geil. Okay, schauen wir mal da rüber. Das ist ein Irrgarten. Ein absoluter Irrgarten. Das ist ein Irrgarten. Das ist ein Irrgarten. Das ist ein Irrgarten. Das ist ein Irrgarten. Ich habe sehr viel gezeigt. Being the only doctor in this close community has never been as difficult. Every day is struggle between science and morality, like a child in an endless playground. I treasure our correspondence and I have utmost appreciation for your continued support, for it gives me strength to carry on. I have once again visited the dig site to record anything that might help us in our research. One of the miners revealed to me a strange coincidence that took place at the time. He said that it was only a few days after their discovery of unusually solid formations of rocks in the mines that the violent behavior broke out. I suspect some airborne substance was released after the workers mistakenly choose to excavate this material. On my next visit to the site I will collect some samples and have them sent over to you. So, moment a mal. Wann da schon eins liegt, dann nehmen wir das natürlich auch auf. So, ich hab sowieso keinen Plan, wo ich hier rein soll. Oje. Oje, ich hör da schon wieder was schreien. Oje, ich mag das nicht. For so many years now I have attempt to open the gate to no avail. It appears I am missing the final piece of what consided to be my greatest discovery. My latest research shows that the great force of power is locked behind. This gate and ancient records seem to confirm my findings. The old reports speak of some sort of a portal to an entirely different world. But I have a reason to believe that this gate could actually be an ancient mechanism to lead a soul to enlightenment. Liberating it from its corporeal shell to live on for eternity. The gate requires some form of external stimulus but I have yet been able to discover what that could be. What I do know is that it should be an entity with creed potential and if my calculations are correct it could even be a living thing, a human being no less. If only I had more resources, more subjects to work with. I am confident I would be able to unravel its secrets and finally become truly immortal. Der Dr. Rosenberg wieder. So der Schrei. Was is for a piece to. Was this for a piece? ok schön uns geht es wieder gut dann schauen wir mal weiter jetzt hat es mich wenigstens nicht so gerissen einfach durch das, dass das Video schon angekündigt wurde war das natürlich jetzt von Vorteil das haben wir gelesen, oder? nein, das haben wir nicht gelesen weil wir sind gleich weitergegangen kommt mir nicht erinnern es war nur ein Moment bevor sie öppet her mouth screaming in agony as her broken chair moved it revealed an unspeakable horror of broken teeth und twisted flesh Jakob dragged her closer and onto her feet for a moment i thought this that this would finally stop but my hope vanished when i looked at his face and saw his lips crack into a disturbing smile shortly after as her shattered face laid on the burning stove he started pouring the hot oil the clotting blood dripping off her hair the sight was more than i could handle all i could do at the time was to command my body to crawl senselessly into the woods i was a coward so welche seiten haben wir noch? gibt es da denn auch irgendwas? nö außer im tiefen abgrund nicht ok wo ist es da? i was filled with joy when the professor informed me that both mother and child were safe but this feeling did not last because in my despair i had signed everything that was placed in front of me and it was too late when i finally realized that my newborn son was supposed to become his geena pig a nightmare broke out in my dreams a thunderstorm of human cries my son's plea for help pierced my mind and unclouded my thoughts i have to put an end to this before all the wall is lost so ok 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 ah da ist das zweite what ok 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 Alter, was passiert da gerade? Es blendet ja direkt. Okay, wir gehen ins Licht. Lies Episode 1 Koko Studios Faber Interactive Okay, Freunde. Das war dann die erste Episode 1. Sehr, sehr geiles Spiel, muss ich sagen. Da freue ich mich richtig, richtig, wenn es weitergeht. Oft geschreckt. Sehr, sehr oft geschreckt. Genau so soll es sein. Okay, ich würde sagen, wir lassen das noch durch. Und ich werde mich an dieser Stelle einfach schon verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst es. Daumen hoch, Kommentare da lassen, Abos da lassen. Alles ist schon besprochen. Wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Ich weiß noch nicht, was ich als nächstes PC-Projekt bringen werde. Die PS4-Projekte stehen ja eh momentan. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020